Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Z2. Mit dabei sind ganz viele Menschen, die gerade hier reinrennen. Wo? Hinter dir. Die ganze Dick sind ja hier unterwegs, okay, das heißt er hat vorab Dick, konfirmt. Ja, wir springen mit in die Galaxie hier. Ja, wir springen, die sehen ja so, da so. Ah ja, mit dabei ist er. Genau, ich bin mit dabei. Ja, da sind wir mal kurz dabei und jumpen mit rein. Ich darf keinen Zugriff, ich will ansteigen. Oh man, ja, ja, dann haben die das gesperrt, schade. Ja, das ist dann ein interner... Oh man, man. Ja, alle sind gesperrt. Dann hole ich mal Panzerfahrzeuge und so weiter. Ah ja, 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 und das beginnt bei mir zu ruckeln, keine Ahnung, warum das bei mir beginnt zu ruckeln, komisch. Das ist nicht gut. Oh, guck, noch einmal? Ja. Oh nö, ein bisschen. Ja, ich hab hier schon einen geholt, kommst du? Ja. Ich will heute mal ein bisschen mit großen Mackies fahren. Ja, der feine Herr hat jetzt mal hier Lust ein bisschen zu arbeiten. Sehr gut. Außerdem, das kann ich dir jetzt schon mal sagen, ich hab jetzt gerade 335 Zertpoints. Ich spare gerade auf das letzte richtige Hammertool und man hört die Sanität da draußen fahren. Ja, nee, ich spare hier auf eine AV-Terret, also eine Anti-Vehikel-Terret, damit ich eigentlich mit meinen Inji wirklich alles verstören kann. Ach so, für deinen, hast du zum Aufstellen, okay. Ich dachte jetzt hier oben für den Turm. Der Merkweiler. Nee, nee. Na, bei Fahrzeugen, da kaufe ich mir aktuell nichts, da spare ich erst wirklich ein bisschen drauf. Und vielleicht irgendwann, wenn ich nochmal ein bisschen Garnisons-Cash hole, dann hole ich mir das zusätzlich. Also du brauchst jetzt erstmal die Infanterie hoch. Korrekt, also die Infanterie habe ich ja schon fast auf Maximum. Ich habe ja schon einige Zusatzteile, ich habe ja schon das Repair-Tool hochgefahren. Eigentlich müsste ich das Gesundheitstool auch noch hochfahren, aber dazu habe ich aktuell keine Lust. Ja, repariere ich wirklich 90% der Zeit nur noch hier. Bist du auch Mechaniker, ne? Bist man... Ja. Naja, Erzestoffe war ich ja hier der, ähm... Der Sandi. Korrekt. Jetzt bist du Mechaniker. Ist doch auch gut. Jetzt bin ich ein Mechaniker. Sehr gut. Ja. Ja. Und... Ja. So, können wir hier durch? Natürlich können wir hier nicht durch. Oder? Ich gucke mal auf der Karte. Und wir fahren... Das ist eher in der Sackgasse. Ja. Aber ich glaube, die nächste Ausfahrt müssen wir rum. Hier links, da lang, da. Ja, ja, ich sehe ich schon auf der Karte. Aber ich habe gelesen, dass das irgendwas mit der Sprache zu tun hat. Ach, dann musst du es so irgendwie dein Mikro ausstellen, in-game. Keine Ahnung. Aber ist jetzt halb so schlimm. Hier, Deutsch, Englisch. Ich habe sie auf Deutsch... Ich habe sie auf Deutsch... Ich habe sie auf Deutsch... Ja? Ich habe sie auf Deutsch stehen und ich glaube, ich habe gelesen, dass wenn man... Dass das irgendwie ein Problem ist mit der Umschleitung zwischen Deutsch und Englisch... Man müsste es einem auf Englisch stehen und dann wieder auf Deutsch, dann wird der Fehler eigentlich behoben sein, weil er dann irgendein Update macht. Warte mal. Ja. Ja. Aber... Ich bin eigentlich hier über die Base rein. Na, da kommst du noch. Geht dann vorbei? Nee, das ist schon zu eng. Oh, schon wieder so ein fetter Panzer, der hier nicht durchfahren kann. Ja, weißt du es doch schon. Die Hover-Panzer müssen einfach so drüber futschen. Ja, natürlich. Aber das sind nicht so die Hover-Panzers, die wir aus Empyron kennen. Ja, aber das Projekt ist ja nicht mehr... Das liegt auf eins, ne? Das liegt auf glattes Eis. Alter, was ist denn das hier? Hat die letzte Eisheit hier nicht ordentlich gearbeitet. Ich nehme jetzt hier die Auffahrt gleich rechts. Yep. Ah, du hast ja ein paar neue Projekte anstarten mit deinem YouTube-Live. Und? Ja, habe ich ja heute auch schon zwei Folgen aufgenommen. Aber warum nicht? Ein bisschen fortproduzieren ist nicht schlecht. Ja, außerdem ist gerade ein Minecraft-Projekt in Planung, was nicht aus meiner Federführung kommt, aber was auch wieder RP beinhaltet, was ich gut finde. RP heißt übersetzt... Ohrplein. Ohrplein. Achtung, Achtung, Achtung! Ja, es ist... Haben wir uns ein paar Raketen nur im Visier. Okay. Kannst du den Turm dann noch? Ja, ich krieg den Turm. Der ist jetzt down. Das ist gut. Okay, jetzt... Achtung. Oh. Oh, warte, 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 warte. Ja, ja, warte, da muss ich mal kurz... Und dann? Nein, nee, ich muss mich verziehen. Ich muss mich verziehen. Na toll, jetzt ist er weg. Hm, komm, weiss, Ingenieur. So. Ja. Ja. Er ist ein Gold, zweiein zum... Oh man, das ist mir leid. Das hab ich... Ich hab den überhaupt nicht bemerkt. Ich hab's noch gedacht, als ich gesehen hab, dass wir angefangen werden zu reparieren. Hm, ich finde, fährt er den jetzt leicht. So, warte, das muss ich mal kurz den Herrn so schreiben. So. Höflichkeit muss sein, Entschuldigung, muss geschrieben werden. Und ich, ähm, muss mal eben kurz nochmal einen kleinen Moment raustappen. Und meine Freundin ist ja auf, äh, offline stellen. Hör mich auf. Ach. Darf ich raten? Hans-Peter von Guckloch, äh, schaut sich das an? Oder zockt dies und das und jenes? Genau, es ist keine Meldung, dass, ähm, mein Freund von mir, äh, Killing Floor spielt. Killing Floor 2. Könnte man... Ah, te, 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 te. Ja, danke, danke, ich wollte gerade sagen, schieß bitte mal auf den. Wir kriegen doch was vom Turm hier ab Wie, die haben schon wieder eine AV-Tour-Wert gebaut, oder? Er ist tot, zurück, zurück, zurück Oh Raus Ich bin draußen Ja Gut, und weiter rennen Einfach rennen, 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 rennen Ja, ich will mich mal hier kurz postieren Bei dem wir uns mit der AV gerade raufschießen Das sind diese blauen Raketen Das sind scheiß AV-Tour-Wert Ich bin mit einem Sniper der Richtung Gut, bleib bitte mal, bleib bitte Ja, ich bin gehalten Bist du sanitierter? Ach, hast du gewechselt die Klasse Ja, natürlich Wie er sagt, ich wechsle ganz schnell auf meine Klassen Bin ja 90er, ich bin ja hier ein Support-Unit Und da ist mir relativ groß, welche Support ich spiele Okay, okay Ja, die mit ihren Ja AV-Tour-Tour Das sind doch diese Tümpchen hier, oder? Aber die haben Ja, das sind die Tümpchen Achtung, ähm Hinten ist ein Zandi, der gerade herum düst Und da oben ist eine Max-Einheit Ja Ich würde da mal sagen U verlegen und dann verlegen wir uns jetzt einfach mal weg Ja Und hier weg Ähm Ich will jetzt nicht als Infanterie irgendwo sterben Da will ich lieber Panzer oder so weiter holen Ja, wo man noch mal ein Panzer Denn wir haben, ja, du musst, guck mal, wir haben ja direkt hier An da, äh, die Varikates hier Und da können wir uns ein Panzer gleich ziehen Die, also da haben wir uns ein Panzer Ja, weil die auch gerade attackiert wird Okay, die wird auch attackiert Ja Ja, sind zwei, drei Einheiten auf Arm Ähm Hol mal irgendwie ein Panzer oder ähnliches Ja Dass wir dann auch hier gleich agieren können Ich will doch mal ein Panzer Oh, ah, ist mir noch ein Braun Ich nehme auch mal einen McCoy Aber, oh Ja, das ist Was ist das denn für ein Einzelmensch? Ja, klar Der hat keinen Schaden genommen Ist ein Level 9 Und hat keinen Schaden genommen Obwohl 20 auf ihn losging Hm? Bist du da? Ich bin jetzt Ich renne jetzt gerade wieder Richtung A-Punkt Ja, aber fahr mit Du hast den zweiten schon drin Ja, fahr los Okay Ja, sicher Wie gesagt Ich fahr jetzt Richtung Ich lauf gerade Richtung A Ei, 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 ei Heute ist ja hier Wieder alles los Ich bin auch da Ach du scheiße Ach du scheiße Hat man nicht gesehen Hat man nicht gesehen Sicher 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 Hm? Ey, heute ist noch nicht Heute ist glaube ich nicht so der Tag Wo ich gut bin Habe ich irgendwas anderes Ich könnte So Ja, die haben sich wieder reingeschlichen, die Saubacken. Ja, das sind hier Klokerschweine. Nee, nee, bei uns hängen gerade Klokerschweine überall. Ja. So, ich habe mal kurz eine Miene geschmissen. Die bin einfach mal rübergebrettert. Aber nicht über meine Bienen, äh, nicht über meine Miene. Ach, da oben seid ihr! Au, 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 au. So, von Dick erstmal kurz ein bisschen wieder in den Mund rein. Nee, mein Panzer lohnt sich nicht. Mein Panzer lohnt sich nicht. Ja. Ah, die kommen mit dem Sandi jetzt angedüst. Haben dort Truppen... Ah ja, wir sind hier direkt im Biolab-Angriff drinnen. Ja. Ja, die sitzen... Angesamt Verteidigungen, wo man es, äh... Jep. ...beschreiben will, ne? Die verteidigen wir... So, einmal rüber. Die verteidigen wir, greifen an. Ich bin jetzt auch mal als schwere Einheit unterwegs, weil mit dem Panzer rausfahren... Das ist... Ja... Bringt nicht so viel. Jep. Ah, wir haben eh, haben ja kalter Krieg gerade. Als Operation. Eigentlich gar nicht. Ja, und deshalb hat der... Wir führen gerade mit einem Prozentpunkt, das ist das Problem. Das heißt, sie dürfen uns jetzt erstmal nix wegnehmen, sonst haben wir verloren. Sonst haben wir verloren. Pass auf, pass auf, Berg, Berg, Berg über dir. Ja. Komm runter. Aber ich werde geheilt. Wohnt sich das heilen? Ähm... Ja, das ist gelohnt. So, ich muss mal Cosmium Muni schnell wiederholen. Ja. Aber wir machen gut Quatium gerade. Als Farming. So, wie sieht es denn eigentlich gerade im Biolab aus? Ich mache mal kurz ein Biolab-Loki-Loki. Oh, die Loki-Loki-Loki-Loki-Loki. Oh. Hahaha. Die stehen alle vor der Tür. Hahaha. Okay, das war's. Ich gehe nicht ins Biolab. Okay. Na, die waren Biolack-Becamping gerade. Also der Spawnraum ist gerade komplett becampt. Ja, ist aus dem Spiel. Wird so sein. Aktuell aus dem Spiel. Ja. Wenn wir jetzt noch wirklich von zwei, drei Seiten in Angriff starten, dann schaffen wir es. Aber... Bis dahin. Sieht gerade nicht so aus. Bis wir erstmal durchkommen, ne? Ja. Bisher halten wir das noch ganz gut. Die halten so noch ganz gut. Von den Bunkpads da weg, ne? Da hinzukommen, dass wir nochmal nicht... Naja, wir haben ja ein Jumppad, haben wir unter Kontrolle. Sundy sehe ich gerade. Okay. Ah, du hast eine leichte Unit genommen? Ja, wo ich hier über die Hügel komme. Und der Sundy, der raucht... Oh, er ist explodiert. Das ist gut. Oh. Ähm, also ich bleib hier gerade bei uns im Areal als Wache stehen. Besonders, weil ich die ganzen Fahrzeuge gleich mit reparieren würde, weil... Das ist doch gar nicht... Oh. Ja. Oh, ich hasse diese AV-Tour-Tour-Tour-Tour-Tour. Ja, sicher. Schieß doch erst mal über die halbe, dreiviertel Map. Oh, es haben Sniper beschert. Ne, das sind die AV-Tour-Tour-Tour, die gerade ja hier herumschießen. Und ordentlich Stress machen. Okay. Ja, die schießen gerade passgenau, das ist das Problem. Oh. Sundy-Angriff? Oh, meine Fresse. Wir müssen das ja jetzt eigentlich nur noch halten, dann haben wir es. Oh, ich bin Kampfrang 15 aufgeschrieben. Ja. Erstmal GG. Denn durch deinen Kampfrang-Aufstieg bin ich, äh, habe ich exzessiv Soldatenabzeichen bekommen. Ja, haben wir beide was davon. Jep. Besonders ein bisschen, äh, wieder neue Erfahrungen und so. Aua. Denn ich bin ja kurz vorm Kampfrang 30 bei mir. Was, kurz vorm Kampfrang 30? Ja, ich spiele ja auch eigentlich 90% mit dem Account. Also, das ist jetzt nicht nur... Liebe Leute, wenn ihr euch wundert, wieso immer manchmal so 3, 4 Kampfringer Abstand sind von der letzten Aufnahme. Ich spiele mit dem Account aktuell. Mache sehr viel damit. Und da ist ja mein Ziel, dass ich ja hoch irgendwann mal auf keinen Frang 100 oder zu kommen. Yes! Jo, wir haben, äh, wir haben das geschafft. Perfekt. Wir haben, ähm, das Gebiet übernommen. Also, wir haben, wir haben jetzt die 5 Punkte dazu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt die, äh, 9 zu 3 zu 3. Das ist nicht schlecht. Das heißt, sie können theoretisch auch das Aria hier übernehmen. Das interessiert statt mich jetzt weniger, weil wir die, ähm, Punkte bekommen haben. Und? Wir scheinen auch ein bisschen den Angriff etwas zurückgeschlagen zu haben. Ja, nee, die sammeln die Kräfte. Das ist das Problem. Ja. Die sammeln die ganzen Kräfte. Wollen dann vorrücken. Okay. Oh. Oh, das war ein schöner Sniper. Aber der muss nur noch Treffen lernen. Wie ich. Ja, so, du trittst. Wie bitte? Ja, aber dein Blickpunkt, da steht noch immer ein bisschen der Sni und sowas. Aber. Ja, das ist nur einfach so ein Orientierungspunkt von uns. Nein! Au. Wenn die sitzen da oben auf dem Hügel, sind sie noch immer alle. Die Gegner. Ja. Hätte gedacht, dass da eigentlich schon welche weg sind, aber. Ja, aber das ist, das ist schon vorbei. Wir haben da oben den Punkt mindestens geholt. Ah, da oben ist ja gerade der Fight. Hier unten haben wir, also wir sind direkt an der Front gewesen. Liebe Leute, ich würde dann auch sagen, das war es jetzt erstmal zu der aktuellen Folge. Genau. Gibt einen Daumen nach oben, wir haben da oben mehr folgen Planet Z2. Guckt auch bitte bei den YouTube-Sepp. Äh, einfach nur Sepp. Sepp immer dabei. Ja, bei ihm einfach nur Sepp dazu. Wobei, ihn gibt daumen nach oben. Ja, und bis zur nächsten Folge wünsche ich alles Gute. Bye, bye und tschau. Later. Later. Bis zum nächsten Mal.